Einzigartig, das ist sie, die Triennale Badr-Gartz, die mit den Schnecken, das ist die sieben gewesen, das letzte Jahr. Im 2021 gibt es dann die nächste, mit den Ferngucker und zwischendrin, und das ist auch einzigartig, nein, nicht der Schnaps da bei der Golfbahn Nummer 14, nein, eben die Golftrophie, die Golf und Kunst verbindet. Wer Golf spielt, der weiss, es ist eine Kunst. Auch eine Kunst ist es, sich dann zu beherrschen, wenn es mal nicht so geht, wie man es gerne hätte. Wenn es nicht klappt, wenn es aber klappt, dann ist die Freude gross. Ja, und manchmal geht es nicht, und dann sucht man halt und findet vielleicht, oder vielleicht auch nicht, oder man lässt sein Geschoss dort rein, wo es halt dann gelandet ist. Man muss es mit Fassung tragen. Das genau hinschauen, ob es da geklappt hat bei dem Golfturnier, das habe ich den Ferngucker überlassen. Einmal hat es geklappt, einmal hat es nicht geklappt. Auf jeden Fall ist es ruhig zu und hergegangen auf dem Golfplatz. Bei dem Golfturnier haben auch die Künstler mitgemacht, das ist einer beim Start. Und das hier, das ist seine Kunst. Golf wie die Kunst, das braucht Weile, nicht einfach nur Eile. Und wer weiss, was dann hergeht mit der Kunst und mit dem Golf. Ge, sera, sera, whatever will be, will be, the future's not ours to see. Ge, sera, sera, ge, sera, sera, whatever will be, will be, the future's not ours to see. Ge, sera, sera, whatever will be, will be, the future's not ours to be, the future's not ours to be. Golf und Kunst beflügeln, auch zum Philosophieren. Das ist Kunst, italienische. Und das regt dann anscheinend noch vor dem Golf zu angeregten Gesprächen an. Italien ist anders, oder? Das sieht man bei Italienern, bei Schumachern machen wir die Schlüssel. Wenn er sagt, die Schlüssel sind am Nachmittag fertig, das ist nicht sicher. Das ist, ja, ja. Ich glaube, es gibt kein Land auf der Welt, wo pro Jahr mehr Regieringskrise hat, oder? Als Italien, oder? Aber vielleicht gibt es eben auch kein Land mit mehr Individualisten, oder? Vielleicht Frankreich, oder? Wir Schweizer sind ja der wunderbare Durchschnittsweltmeister, oder? Ja, genau. Was erstaunlich ist, ist doch auch der Staatshaushalt. Aber Italiener, im Allgemeinen, geht es nicht schlecht. Nein, darum, das ist das, was ich sage, oder? Vielleicht der Individualist, oder? Ja, natürlich. Nicht der Staat. Ja, eben. Ich meine, warum ist der Kommunismus verzeiht als System? Und es gibt immer noch Leute, die meinen, dass sie... Das ist ja das, was wir mit den blauen Schafen machen wollten. Alle sind gleich, aber jeder ist wichtig, oder? So, lieber Ball, begleite mich. Der Rolf Hohmeister beim Start. In seinem Kopf ist der Start der 8. Triennale schon längst da. Einzigartig. 2021 wahrscheinlich wieder eine halbe Million Besucherinnen und Besucher, die wegen der Triennale auf eine Gaze können. Einzigartig aber auch das Netzwerk. Die Therme, die Grand Ressort, Golf und eben die Triennale. Das Zusammenwirken, das Netzwerk, Badergatz. Golf und Kunst, etwas, was wahrscheinlich weltweit in dieser Art einzigartig ist.